Du brauchst mich in Heilung. Ja, komm mal zu, Maja, komm mit. Du merkst, wie ich von hinten gekommen bin. Die habe ich auch erwischt. Danke. Wie du in mich deine Spritzen gejagt hast. Are you with me? Schacht um Schicht. Schicht im Schacht. Schacht um Schicht. Hä? Wie schaust du Schacht? War das Schicht oder? Nee, Schichter. Schachtel. Schichtes Schachteln. Ach so. Nein, Schachteln. Oh. Ach so. Du Schachtes Schichteln. Ich dachte, sie wäre eine geschachtelte Schicht. Ach so. Ja, die Wichtel, die Schachteln. Nee. Ah. Schichteln. Die Schichteln. Wichtel, die Schachteln, die Schachteln, den Wicht. Nein. Schachteln, Wichtel, Schachteln. Genau, genau. Wichtel. Schicht in der Schicht. Wichtel in der Schichtel, schachteln den Wichtel. Die Wichtel schachteln Schachfiguren während ihrer Schicht. Der Wicht wichtelt mit den Schichteln und schichtelt dann im Wichtel. Auf jeden Fall scheint hier Weihnachtsstimmung zu sein, ne? Ja, guck, ich mache alles weiß. Wenn es bei dir schneit's ab, wenn er so kommt, he? Hör auf, so rumzuspritzen da. Hier, Jill's in my case. Jetzt kommen wir wieder auf dieses Niveau. Melvin! Ja, sorry. Dafür ist doch Nils zuständig. Das ist doch mein Nils zuständig. Was? Das ist mein Niveau. Aber wenn er halt seine, seinen Job wahrnimmt, ne? Keine Ahnung, ob ihr durch... Mann, wie bist du da rumgeprungen? Skruter Rana. Ich spritze überall rum. Oh! Skrte? Fünf, vier, drei, zwei, zehn, eins. Das wäre auch ein schöner Name. Skruter Rana. Ist das denn eine neue... Ist das irgendwo eine Sommer? Fiko, auch bei Disney oder sowas? Ja. Macht sie fertig. Ich hab's die Todgebox. Eher entfernt. Nein, das war ich. Das ist okay. Alter, Rana, da ist ein Bestien da oben. Ja. Ah, der steht direkt dran. Der hat mich ge... Der hat mich... Der hat mich auf die Entfernung? Ja. Der ist gut auf Entfernung als... Oh! Beffi, alles in Ordnung bei dir? Oh! Heilung platziert. Oh! Von wem auch immer ich grad Heilung krieg. Danke so! Von mir! Oh! Du bist gleich doppelt zu schwingend, die Heilung. Jetzt kriegst du von mir Heilung. Kommt der... Und jetzt kriegst du von mir ein paar Kugeln. Ja, komm. Komm, komm. Du bist ja nur mit explodiert, wo du gestorben bist. Ja. Das war's. Blöw, so wie ich runtergepasst. Sombra kann da nicht schubsen, da? Hm, ja, ich bin nicht. Dann bin ich... Dumm. 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 Gesproben, alles gibt's doch nicht. Die Diva dreht sich jedes Mal dann um. Macht ihr Schild, wenn ich meinen, wenn ich so schlafen will. O.ッ. Oh, das ist ein Turm, das ist ein Turm, das ist ein Turm. War einer. Ok, jetzt war dir richtig... Oh, ne? Moment. Hier für alle! Los soll ich dich boosten. Dennoch boosten! Der dich! Bei dir muss ich mich. 설�rocia. Hab' den junk! Kommt! Sch Settings- Ich hab' immer uns drei Goldmedaillen und eine Silber. A. �– Oh, dieser Turm krass Diva ist links. Da drin. Böde Bitch. Was? Warum? Ach du, da kommt gleich. Ich brauch Hilfe. Ich bin tot. Ich bin auch der Diva drauf. Komm, mach dir jetzt den Sack zu, Leute. Verdammt, du bist tot. Nein. Meck ist kaputt. Wobei seid ihr denn die ganze Zeit? Hinten. Hinten. Ich hab dich geheilt, dass du da komisch rumgesprungen bist. Ja, dich hab ich gemerkt. Das ist ja ein bisschen Heilung. Ja, komm mal zu, Maja. Hier, komm. Bemerklich, die hinten kommen. Die war ich aufgeregt. Okay. Dafür in die Voraussetzung. Wie du in mich deine Sprit zugejagt hast. Ja. 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 Wo ist denn da? Ist doch nur noch n'n Dings, oder? Oben, Ding, äh, oben rechts auf der Brücke. Echt? Ist schon schlaft. Jetzt nicht mehr. Das hat doch zu lang gebraucht. Padaan. Steffi, ich kann dich nicht rein, Tor. Ich komme, Steffi! That what he said. Ja. Diesmal sogar gar nicht von hinten. Okay, ich hab wieder Ulti, also... Dein Gesicht juckt! Wenn ich jetzt eigentlich die Ulti geben, auch der Pharah. Der wollte ich eigentlich gar nicht geben. Egal. Ich geh jetzt auf den Punkt, fickt euch alle. Was passt denn? Wir? Wir haben Spaß. Nee, komm! Ah! Sterb! Nee! Nee! Nein! Shit, ich bin nicht schnell genug weggekommen! Fuck, ey! Oh, mein fucking Leben! Der da oben, der ist aber auch gut platziert, ey! Wir müssen mir nicht mehr folgen! Hm! Noch mal von vor! Ähm, brauchen wir überhaupt einen Heiler? Ich glaub, wir brauchen irgendwas anderes, ne? Was soll ich denn mal nehmen? Tank, oder wat? Affen! Mach mal Affen! Okay, los geht's! Die Vorstellungskraft ist der Kern jedenfalls! Die Vorstellungskraft ist der Kern jedenfalls! Kite den rechten Punkt, die ganze Zeit für uns! Mach mal! Hm, mach mal! Was denn? Mein Ulti ist fertig! Ich dachte, du hältst ihn in uns! Nee, bin tot! Keine Lust mehr gehabt! Naja, verstehe ich! Wird ja auch langweilig irgendwann, ne? Ja, so nach zehn Kills! Nein, warte auf mich! Nein, dich ist geschützt! Zerstör! Lass sie mich denn nicht! Der stück! 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 Ich bin so doof! Dem werde ich jetzt einfach mal nicht widersprechen! Was ist das? Los geht rauf, da hast du noch die Sieber! Ich wollte dich noch heilen, aber... Ich bin draufgegangen! Ich bin drauf! Ich bin drauf! Leute, könnt ihr mal aufhören, da alle einzeln draufzugehen und einfach nach und nach zu sterben? Na draufgehend ist doch sterben! Aber dann sterb zumindest zusammen! Zusammen auf Genfügel und sowas! Ja, genau! So, jetzt sind wir zusammen! Und jetzt? So, ich hab Ultimate! Freuen wir! Oha! Von mir aus? Jetzt gemeinsam da drauf und sterben! Oh, Besten steht rechts oben auf dieser scheiß Plattform! Er ist weg! Sollen wir jetzt rauf oder nicht? Ja! Wollen wir! Und los geht's! Nein! 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 Hä? Ja, da ist ne Diva hinten hier! Ja, also Hilfe! Ah! Er hat irgendwas Ulti? Äh... Oh Gott! Ja! Ich bin tot! Also, ich hab echt aufgeräumt, aber irgendwann ist auch Schluss! Ich bin... Irgendwann ist drauf? Steffi, ne? Hälft, Steffi! Wie? Halt... Stopp! Der Funk gehört mir! Hm! Hm... Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Meine Spritzen in dir! Das klingt auch irgendwie doof! Bist du? Und... Schilde! Steffi, komm zurück, komm zurück! Komm, 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 komm! Draup, 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 draup! Neiiiiiiin! Neiniiiin... Fuck, ey. Fuck. Ey, ganz ruhig. Der Best. Nein! Ich hab Ulti-Ich-Werb noch gedrückt und es hat nicht mehr gereicht. Fuck, ey. Zwei Minuten noch. Ja. Leute, wir müssen das packen. Wir sind die Besten auf der Welt. Und wir wollen fernen, das ist doch klar. Wir sind die Felsen. Verdammt, räumt sie nicht. Sind wir bereit? Ich bin bereit. Freut. Okay, dann sind wir rein. Verdammt. So, geh drauf. Ich bin drauf. Mach Boppel. Ich bin tot. Da ist ein Turm in der Ecke. Oh Mann. Ich kann doch nicht mehr wie diesem kack Turm da scheitern. Irgendwie schon. So. Letzte Chance. Vorbei. So, wir sind nicht bei 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Oder 3. Ja, da sind wir. So. 1, 2 oder 3. Ja, da sind wir dabei. 1, 2, 3. Alter. Nein, 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 nein. Das ist jetzt hier auch jemanden scheiße. Nein, 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 nein. Was? Ich komme da nicht durch. Niederlage. Highlight des Spiels. So, Kuh gedrückt. Dann hat mein Turm alles gekocht. Ja, wirklich. Oh nee, hat gar nicht Kuh gedrückt. Nicht wahr? Wir formen da einfach ab, ey. Ich spüre was, was ich gar nicht kann. Oh oh. Ja, äh. Aber ich kann euch gleich mal zeigen, was ich meinte mit dem Popo-Buckel. Was, ja, wir müssen sie jetzt zeigen. Ja, das war es auch so wie so ein Labdance. Also, ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, gell, wir wissen ja, wann wir kommen. Nils, ich bin echt enttäuscht von dir. Jetzt muss ich schon die Rolle hier übernehmen und muss sie wieder nach uns ziehen. Das stimmt, ja. Ach so, die wollen. Es ist doch dein Job. Ja, Steffi, hast du gesagt, ich soll das mal ein bisschen reduzieren. Aber Nils, ich nehme wieder auf, die Zuschauer erwarten das doch auch. Ach, die Zuschauer erwarten das. Ja. Fett, wann hörst du auf mich? Ja, nur, äh, Frauen muss man immer hören. Die Frauen, äh, die haben, die haben die Regierung in der Hand. Sie sehen man nur mutig, vor allem die Brüste, was? Oh ja. Man schwarbt man so auch selber nicht. Guck mal, ich stell mich mal hier oben hin und guck doch mal, wenn ich es so mache. Ihr seht mich ja von unten, oder? Oh, ich kann dir unter den Rock gucken. Wenn ich denn so mache. Ja, das sieht gut aus. Wuh, dann geht es auch. Guck doch mal. Sieht doof aus. Sieht doof aus, aber nicht in Richtung. Aber wirklich, guck mal, wenn ich es in die Richtung. Aber voll reinschauen, ja? Drei, zwei, eins. Ich brauche Schutz, ich brauche Schutz. Wo bist du denn? Hier oben. Älter. Ja, sie sind so auch gerade. Oh oh. Genji tot. Oh Gott, ich habe gewissen Headshot erledigt. Nice. WTF. Du bist voll skilled und so? Autsch. Eigentlich so voll gar nicht. Mach dich doch nicht so nieder, ja. Wahrscheinliche Wirklichkeit auf die Füße ziert, außer sie in den Kopf erwischt. Nein, wirklich? Ich habe eigentlich außer sie in den Kopf erwischt, als ich auf die Kopf gezielt habe. Hier, muss ja mal jemand um den Strom kümmern. Damit reicht doch keiner, dass ich ihn auch treffe. Wer ist denn, wer ist denn von uns? Ich. Render? Jetzt ist er weg. Ja. Ist der Tom? Ja. Ja, ich weiß nicht. Wir müssen den Punkt halten. Ja, wer ist denn da drauf? Punkt ist jemand? Ein Gegner würde ich sagen, keiner von uns. Genji, ich stehe ihn auf. Hab ihn wieder. Oh mein Gott, ich habe schon wieder einen Quatschot. Mit einem Headshot. Tom, äh, Quatsch, brutal ist da. Oh, mach, oh, mach die Sombra mit einem Headshot. Hab ich. Oh mein Gott, ich habe schon wieder gekauft. Was ist, gehen bei dir ab, ey? Ich bin schon andere. Warte, ich habe drei Goldmedaillen. Ich habe eine Silbermedaille. Ah, nee. Nee, ich habe zwei Goldmedaillen. Oh, oh. Alter. Hab ihn wieder. Oh mein Gott, ich habe ihn Genji schon wieder. Ah, verdammt. Ich gehe auf die andere Seite. Steffi. Doki, Doki. Oh, scheiße, eigentlich hier. Ich werde dich verdankt. Meine Leute, you are ready. Ja. Meine läuft noch. Autsch. Hat sich erledigt. Bin tot. Nein. Ich bin, glaube ich, schlechtest der Ander überhaupt, ey. Oh, ein Teleporter. Nice. Oh, wo bist du denn? Das Licht schockt jetzt nicht. Ha. Schwein ist tot. Schwein ist tot. Ich habe auch 35 abgezogen. Ich habe auch 35 abgezogen. Oh, hier oben sind sie, hier oben. Bei mir. Bei dir. Bei mir oben auch der. Ja, ey. Gehen Sie auf mich weg? Er war jemand. Fuck. Was ist noch da? Nice. Die Sombra ist da hinten. Hab sie. Die ist tot. Jawohl, gut. Sehr schön. Das war die Sombra, genau die war bei mir. Ultimative Fähigkeit bereit. Die Ultimate ist ready. Romance will da durchbrechen. Ist schon durch? Ja, eine Diva. Da ist schon schon durch. Hat aber kein Mech mehr. Jojojojue. Und ist tot. Sehr gut. Da ist noch ein Genji, Achtung. Nils, bei dir hinter dir. Da ist eine Fahrer. Eine Fahrer links oben. Hier ist tot. Nee, die lebt noch, aber... Nein, ich mein den Genji. Also. Der Junk ist auch tot. Also noch für ne hundert Sekunden, Leute. Das packen wir, das packen wir. Naja, sagt das nicht. Also wir packen das schon, aber... Wir müssen mal echt aufpassen. Die werden auf den Punkt. Kümmern wir die euch drum? Ja, die hat kein Mag mehr. Sehr gut. Ah, fuck, die hat mich. Hab sie. Ist weg. Oh, Mann, Alter. Krass, ich werde mal besser mit Odomeka. Ist ja nice. Das Schweinchen lockt mal weiter nach hinten. Also mehr zum Punkt. Ist tot. Ist tot. Mann, der Genji wieder. Der geht durch zum Punkt. Ist tot. Nicht durch. Juhu. Alter, ich hab elf Eliminierungen und fünf Ziv-V-Trocks. Ja, aber ich mein mal mit Widowmaker, hallo? Ja, ja. Glaub, mit der hab ich am wenigsten gespielt. Alter, ich war mal mit Widowmaker. Alter, ich war mal mit Widowmaker. Nur dran und aktiviere meine Ulti. Jetzt gibt es eine Akku. Ja. Hätt sich eigentlich noch so hinsetzen müssen dabei. Du hast schon noch... Du hast schon noch... Oh, den hast schon immer eingefallen. Sehr schön. Ah, dann... Oh, vier Goldmedaillen. Aber... Bis auf die von Heilung halt, ne? Das geht schlecht das Top, ja. Und die für Zielvortrittkills hast du auch noch was gemacht. Kriegst du nicht auch Heilungspunkte? Ja, die hab ich auch. Doch, die hab ich. Die hab ich. Ja. Are you with me?